Mufasa? Warte mal, ich kann euch noch ein bisschen Abwehrschnecken. Abwehrschnecken. Du wolltest snacken sagen. Abwehrschnecken? Ja. Gib mir deine Abwehr. Nein. Das wäre eigentlich ein voll geiler Skill hier für so einen Player. Ich ziehe den Gegner irgendwas ab und bekomme dann die Scheiße selber. Ja, das gibt es ja schon in anderen Spielen. Ja, Kibbel, du hast geile Scheiße. Genau, mach deine geile Scheiße. Geile Scheiße, setz dich auch mal ein. Was? Immer noch selber. Wir ziehen immer noch selber ab. No. Leck. 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 Lecky, Lecky, Leck. Das hat ja gut gepasst. Lecky, Leck, Schleck. Lecky, Leck, Glück. Alter, 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 Alter. Ohlala, waschere. Inwiefern ich jetzt traube gar nichts. Merk ich gar. Heilt ihn das? Ja. Dann mache ich keine Zauber mehr. Ja, mach keine Zauber mehr. Drei Zauber habe ich ihn geheilt. Er greift ab. Er wehrt ein. Was? Er greift ab? Er greift an, also Angriffskraft runter. Ich bin dabei. Ich will tun. Mist, ich habe nicht gesehen, wie viel. Auf jeden Fall sieht es weniger ab. Irgendwie müssen wir den mal Abwehr runterhauen. Hat er doch so. Ne, ne, die Abwehr ist noch so. Das ist weniger. Also, tu mal Abwehrschwächen. Ja, lass uns mal Angriff sprechen. Ne, ne, mach mal Abwehr. Wo ist es denn da? Weil wir hauen ja auch oft auf. Und danach kannst du ja von mir aus Dings machen. Oh, 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 oh. Mach den Turbo-Move! Wenn ich dran kommen würde. Ne, doch. Ne, doch, du, ja, genau. Ne, der Pik. Ja, ich bin Pik. Hallo, ich bin Pik. Hallo. Ey, warum hast du dann keine Anmoderation gemacht, sondern ich? Ja, ne, eigentlich merken wir doch merkwürdig. Voll fail. Voll total fail, ne? Total fail, scheiße, sicher. So, Kill Blades, geh mal wieder an den Gegner ran, damit du den boxen kannst, ja? Dann freilich. Guck hin. So, guck mal. Der macht die Quetschpreise auf. Der macht How do can. Der macht meistens irgendwie trotzdem noch Magie und kann. Ne, der macht ein How do can. Immer Magie-Effekt runter hat der gemacht. Okay. Was? Nein, es geht durch. Doch. Uh, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen ganz dringend irgendwas machen. Ja, wir müssen jetzt mal ganz dringend erstmal hier jemanden... Ich hab gerade auch verloren gemacht. Das, das Zaubertskrott. Okay. Wir müssen mal was anderes wie Kraft hoch machen oder irgendwas. Was machst du? Was hast du denn Müll? Ne, der, nein, damit du wieder ordentlich zaubern kannst. Der hat doch Magie runter gemacht. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Hab ich dran gedacht, ja klar. Magische Effekte ändern. So, jetzt können wir mal auf den Bauch hauen. Ne, ne, ich muss mal da aufladen. Sonst sind wir mal alle down. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Super, super special move noch rein. Ja, der hat für die Power Ranger Moves. Ja, wunderbar. Das ist komisch, dass man da manchmal die Dinger nicht sieht, ja. Ja, ja. Oh ja, weißt du, wieder kriegt Mario ja alles ab. Weil das Super Nintendo... Vorbei. Ne, das ist ja der Emulator, ich glaub der Emulator kommt an seine Grenzen. Aber Super Nintendo war das auf keinen Fall. ja. Nie. Nie im Leben. Original Hardware. Ja, das Super Nintendo mit seinem Core i7. Ja, aber mit, ach, Core i100. Wahnsinn. Wahnsinn, was der alles hatte. Ja, kann Intel noch was lernen von denen. Ja, aber hundertprozentig. Mach das jetzt ja. Sonst mach ich mal ein bisschen Geistschwund war. Ja, ja. 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 Ja, block, block. Der wird grad ab, das nützt nichts. Hier im V-Bomb. Guck mal, wie der jetzt aussieht, ey. Voll geil, ey. Voll Premium Magico. Da haben sie wieder Grafiken gespart. Links und rechts sieht identisch aus. Haben sie einfach... Das ist auch links und rechts identisch aus. Ne. Die haben Grafiken gespart. Links und rechts ist identisch. Somit mussten sie nur die Hälfte rein machen. Vor allem, der bewegt sich komplett synchron. Oh Gott, guck mal, jetzt macht er Granaten. Ich bin extra ein Stück weggegangen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich möchte nicht bewegen. Was ist denn hier los, Alter? Jetzt macht er jetzt Stargate auf, oder was? Wir haben doch alle Special, warum setzt man das nicht ein eigentlich? Weil wir jetzt fast down sind. Weil, ähm, ja, er macht sein Supermuch. Heilen. Ich kann jetzt hier nicht auf den Kribi warten. Ne, kanns auch nicht, weil ich hab jetzt eh Special eingesetzt gehabt. Du musst jetzt mal so machen, ja. So, jetzt hab ich weg. Okay. Ok. Okidoki. Jetzt. Come on. Oh, was für das. Oh, ein Krach. Tut mir leid. So ist das mit die Bereitschaft, gell? Gell. Können wir ja schlecht Pause, oder ne, wir können Pause dringend, glaub ich, ne? Ne, wir müssen ja gar nicht. Achso, gut. Okay. Ein Glück gehabt jetzt, ja. Ja, total. Beim letzten Kampf hier nochmal. Beim letzten Kampf der Kämpfer. Oh, oh. Das ist total episch. Okidoki, warte, ich heil dich. Ne, ne, ja, wir heilen hier alle mal ein bisschen. Ja, ich geb dir trotzdem erstmal ein bisschen Schokolade. 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 Jeder, jeder mag sie mal süß und mal sauer. Sagt der Bauer. Bauer sucht Frau. Ja. Bauer sucht Kuh. Der epische Endboss. Ja, der ist echt episch. Ich find das überhaupt nicht episch, ich find das voll langweilig. Ehrlich gesagt. Was? Ja, ja, irgendwie. Ja. Ja, komm, das wär ja scheiße, wenn er jetzt noch 3 Schling tot wär, oder? Ne, wär cool, wenn der noch so ein bisschen was geiles drauf hätte und nicht noch ständig zauchen, wenn er so nochmal einen coolen Spruch mittendrinne lässt, so, ooo, ich bin voll geil. Naja, das war damals ein bisschen, das war damals ein bisschen unüblich. Die Japaner, die haben das gegen geil. Na, bei Super Mario RPG haben sie das oft gemacht. Da haben sie das mal ein bisschen öfter gemacht. Da haben die dann zwischendrin nochmal gemacht. Das wär ich auch mal in Let's Play, ne, aber hm. Ne, ähm, hier haben wir Mario Luigi Superstar Saga. Das ist ein cooles Spiel. Habe ich durchgespielt, war geil, ja. Ich häng da gerade, ich spiel das nämlich gerade, ähm, und ich häng da gerade, ähm, im Bohnenland, bin ich ja natürlich schon, und ähm, da ist relativ am Anfang so eine dicke Schildkröte, die mich nicht vorbeilässt. Also, ich hab's durchspielt, ich weiß noch, dass ich, ich müsste schon mal gucken, aber, das war eigentlich alles sehr erklärbar. Ja. 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 Ich hatte halt jetzt keine großen Schwierigkeiten, sagen wir's mal so. Ja, da hat kein Problem. Oh, guck mal, der guckt nach rechts. Keine graben. Ich wollte doch eigentlich zaubern und nicht mega bumsen. Mega bumsen. So, eigentlich könnte man langsam ja die Spielmusik ausmachen und eigene Musik reinmachen. Genau. Final Fantasy, äh, Final Fantasy, sechs Thema. Ich werde sterben. Ja, wenn Kilby, könnte ihr jetzt mehr zaubern? Danke. Ach so, hast du schon gestattet? Habe ich nicht. Ach so lang. Tut mir leid, ja. Von einer halben Stunde schon. Ja, das dauert es. Ja, genau, von einem Stunden, genau. Jetzt, wo du sagst. Siehst du, wie das dauert hier. Jetzt sauber wieder. Oh, sind wir jetzt. Uh. Uh. Tod ist tot. Ich glaube, dass sie je nach Tod leihen. Angriffskraft oder ne? Aber ich kann mir Angriffskraft wieder hoch machen. Ja. Ich habe einen Zauber dafür. Angriffskraft hoch. Aber das kannst du nur auf dich wirken, ne? Ja, leider. Das ist die Mondperle. Die Dämonenperle. Die Mondperle ist ein Mond, mein. Der Mann im Mond. Willst du jetzt was? Nein. Doch. Aber weniger, glaube ich. Ne. Ich glaube, das ist undurchdringlich. Undurchdringlich. Äh, und, 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 und blockt. Damit zauber halt. Mach's, Baby, mach's. Hey, was macht denn der für ein Mist? Hey, hey, was macht das denn? So, der muss auch schon haben wir nicht irgendwie so ein Item, wo man gucken kann, wie viel denn geht der noch hat? Ne. Nein, heilen. Ach so. Nein. Ich glaube nicht. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja. Eigentlich gab's doch mal sowas, ne? Zumal. Ne, wir haben uns eh nicht drin im Tempo. Ne, wir haben dabei. 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 Ja, das kann sein, ja. Das ist durchaus möglich. Bestimmt Carly. Kann sein, ja. Carly. Ach doch, jetzt macht er wieder nämlich einen Scheißdreck. Den dämonischen Zauber. Oh, da wünsche ich mir manchmal so eine kleine Debug-Konsole, die ja so nebenbei einfach nur die Variablen zeigt. Und da ich mir da die, äh, HP ausrechnen kann, damit ich weiß. Aber geile Zeit, dank. Ja, ja. Oder Scheiß, wie waren denn der hat noch eine Million Yen? Yen fallen. Musst du zaubern? Ja, ne, klar. Aber gerne doch. Und dann kannst du specialen. Na, ist super. Special, yo. Bevor ich aber special, muss ich hier noch mein super mega super krass drang machen. Super mega super krass, Mann, Mama. Und dann hat es nämlich mehr Energie, you, ne? Die 100 Schläge. Ne, 100 Schläge stand dort. Tausend sehr ein bisschen übertrieben. Na, finde ich eigentlich nicht. Und ich hab durch das Schwert durchgeboxt, ja. Ja, du bist halt cool. Achtung. Neun, damn it. Oh. Oh. Oh, vorhin mach ich noch ja noch den letzten Atemzuckung. Ist er tot noch mal? Nein. Oh, wir sind fast tot. Aber aufladen. Da, nehm mal irgendwie noch, ähm, Schokolade. Wo nicht? Egal, ja, Mary, ja. Ich gebe ein Bonbon, ja. Und du zauberst jetzt. Okay. I got it. I got it. I got it. I got it. What hat die Ziege damit zu tun? What hat die Ziege damit zu tun? I got it. 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 Ich wollte ja nicht anders tun. Vielleicht zeig dir gleich noch mal, wie ich es tun möchte. Ne? Tun. Tu's mal. Und zwar wollte ich hier die Banos nehmen und die Frau of Kilby draufschmeißen auf seinen Kopf. Bam, Alter. Kupfnuss. 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 Voll lauten Sack. Ist total übertrieben. Irgendwie schon. Kupfnuss. Super Special Mega Carson Action. Guckst du, guckst du. 100.000 Tritter in the face. In your face. Dunkler Fluch. Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen, wie du mit dem Finger gemacht hast? Klik, klik, klik. Ja. Voll cool. Das ist aber nicht synchron. Das hätte synchron sein müssen. Das wäre voll cool gewesen. Hm. Also links und rechts synchron. Ich habe jetzt schon cool mit den Händen gemacht. Tu jetzt mal hinter Zaubern an. Ja genau. Zaubern mal wieder. Was haben wir sonst noch so am Start? Soll ich mal Luft geholen? Der kann auch ein bisschen mitmachen. Die kann ja auch ein bisschen mitmachen. Freilich. Chaka-chaka-chaka. Irgendwie habe ich das Gefühl, das leckt gerade dezent. Leckt ganz schön. Ja, ein bisschen so. Ja, ich habe gesagt, er geht in der Viertel und Halbe Stunde. Da sollte man da schon gehen. Chaka-chaka-chaka. Naja, wir sind jetzt hier locker ne halbe Stunde schon dran, ja. Ja, sorry schon. Gibt's wieder Hardcats, wa? Mhm, 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 mhm. Ja, da müssen ja die Leute mit leben, aber so ist das halt ein Bossfight bei der Final Fantasy Spielen. Obwohl jetzt die letzten, nee, kannst du voll hochlauten, würdest du sagen. Gehören jetzt die Seiken Densetsu, also die späteren jetzt Seiken Densetsu 2 und 3, was wir jetzt hier gerade spielen? Äh, noch zur, äh, Final Fantasy Reihe? Nee. Nee, sind jetzt die Reihe, ist dann nur... War ne, war ne eigene Reihe. Nee, da, äh, Mystic Quest war doch auch ein Final Fantasy. Nee, eben nicht. War von Square. Mystic Quest war, äh, Seiken Densetsu 1. Ja, ich weiß. Ja. Und du hattest doch mal erzählt, das war ein Final Fantasy. Auch. Oh, jetzt hab ich den falschen geheilt. Egal. Nee. Ich will heilen mich. Oh Gott. Die Fantasy hat das... Hat das erstmal gar nichts zu tun, meiner. Okay, das müssen wir später mal ausdiskutieren. Das war eigentlich ganz simpel. Jetzt haben wir nämlich keine Zeit. Jetzt ist jemand tot. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Ist er down? Ja. Oder sind wir down? Nee, er ist down. Gerade, wo wir gestorben sind, ey. Egal. Das war eh nicht bestisch. Besser als... Ich dachte, der Eulator stürzt ab, weil die Farben plötzlich invertiert waren. Nein. Ich dachte, er macht die Toppen und das ist alles. Und alles war umsonst. Oh Gott. Oh Gott. Legs, we hold on wash. Schwarz-Weiß. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Aber ihr könntet es im Video lesen. Ja, ihr könnt das noch mal im Video nachlesen. Los, Fee, sprich. Fee, Fee, Entschuldigung, Fee. Danke, dass ihr die Hoffnung nie aufgegeben habt. Aber der Baum, meiner Baum ist tot. Und meiner ist somit aus dieser Welt verschwunden. Ich werde auch verschwinden. Wir auch. Ich werde verschwinden. Okay, mach weiter. Ich kannte euch nicht lange, aber ich danke euch für alles. Also ein ganzes Jahr hast du uns beschäftigt, nochmal so nebenbei. Ich kann übrigens auch die Fee sprechen inzwischen. Elliot ist in Sicherheit. Mit letzter Kraft schickte ich ihn nach Rolante. Elliot. Elliot. Du hast ihn gerettet. Danke. Gott sei Dank. Das kannst du nur wegen Elliot. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Mary, du gabst dein Bestes. Yeah. Yes, Baby. Warte. Verlass uns nicht. Ich will auch noch ein Lob. Ja, genau. Nein. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Gib mir das. Ich habe heute kein Lob für dich. Eines Tages kehre ich zurück. Und dann werde ich dir den Kopf streicheln. Das ist die neue Getty. Yeah. Das ist die Menschen mit dem Feld. Wirklich? Oh, wirklich? Jetzt bin ich auch. Ich muss, warte mal, ich muss mal das, so, okay. Entschuldigung, liebe Zuschauer, ich bin dumm. Hier ist das Samen des Mahnerbaums, die die drei Helden trifft, die an sie glauben. Ja, guck mal. Sieht aus wie Sailor Pluto. Ja. Was, Pluto? Das ist die neue Getty. Die Kleine? Mit den grünen Haaren? Wird sie die neue Getty, dann vergesst es mich nicht. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Das kann man nicht, weil es hier weitergeht. Denn in tausend Jahren wird man an eure Welt zurückkehren. Ich habe die perfekte Stimme dafür, deswegen kann ich das vorlesen. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen, ihr kleinen Süßen. Lass das Master-Manner-Schwert in euren Seelen scheinen. Du bist bei Zelda gelendet, ja. Und jetzt geht's zum Master-Schwert. Ja, klar, ich geht weiter. Entschuldigung. The Master Sword. The Master Sword, genau. Überleitung. Und Lufti fliegt davon. Und zwar mit Überschrengeschwindigkeit. Sonic Boom. Sonic Boom, Sonic Boom. Sonic Boom. Worin fliegt er nur? Wir wissen es nicht. Über den Kartenrand, oh mein Gott. So quer drüber, noch mal quer drüber. Echt, kann man das machen? Warum haben wir das sonst nie gemacht? Er hat die Welt einmal umgekommen. Nein. Ja, aber konnte man machen, Pic. Das hast du nicht ausprobiert. Nee, hab ich nicht. Was ist jetzt? Schwester. Elliot, bist du verletzt? Elliot. Oh Gott. Du verletzt? Entschuldigung. Verletzt? Nein, mir geht es gut, ich bin Elliot. Ich bin Elliot. Elliot, es tut mir leid, ich... Hallo? Ich hatte einen Traum. Ich hab eine hohe Stimme, hab eine Klammer am Sack. Vater und Mutter waren zusammen im Himmel. Oh mein Gott. Dann sagten sie etwas zu mir. Sie haben gesagt, und zwar... Ich zitiere, sie wollten, dass ich dir helfe. Äh, Rolante, wieder zu dem zu machen, was das einmal war. Ja, was war's denn? Ja, das verrate ich dir gleich mal. Halt die Klappe her. Okay, Mann, geht los. Ich kann nicht immer ein Kind bleiben. Deswegen esse ich jetzt Walnüsse. Lass mich dir helfen, Schwester. Lass mich dir helfen, Antworten. Lass mich dir helfen, Antworten. Entschuldigung. Elliot. Ja, das bin ich, das ist mein Name. Oh, das ist die, ey. Guten Tag. So, gut. Gott, ey, oh Gott. Krieg ich auch mal hier einen Abspann, oder was? Nö. Vater, Mutter, ich werde Rolantes Schönheit wiederbringen. OMG. Mit Elliots Hilfe. Warum? Schaut uns zu. Schaut uns zu. Von oben. Und nicht von unten. Aus dem Himmel hätte ich geschrieben. Scheiß, von oben. Schaut uns zu, aus dem Himmel. Oder sowas, weil von oben, hallo, von oben. Vom Nachtschrank, oder was? Vom oben. Genau. Oh, da. Oh, 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 oh. Nein, okay. Biestkönig Karl. Karl. Mein Sohn. Mein Wohl. Ich kann Deutsch, du nicht. Solche Wut, aber ohne Disziplin. Ich bin ein Roboter. K-K-Karl? Karl, hilfst du? Ja, das Karl. Karl, Karl am Leben. Aber warum? Weil du doof, Junge. Aber warum? Karl wurde niemals gedordet. Des Wolfsjungen war eine Illusion. Oh mein Gott. Die dunkle Magie war dafür verantwortlich. Was? Oh, oh, oh. Okay. Hm? Ich blöd sein. Ich nix verstehen. Bist König, ich? Illusion, sagst du? Das verstehe ich jetzt auch nicht so recht, das ist Schwachsinn. Du warst schon immer schwach. Vielleicht hat dir deine Mutter gefehlt. Ich durfte nie an ihren Nippeln lecken. Wut ist ein mächtiges Werkzeug. Damit kannst du fast jede Schwäche überwinden. Aber nicht deine Deutschschwäche. Aber nicht deine Deutschschwäche. Unsere Rasse war einst schwach. Doch nun kann sie Deutsch. Unter meiner Führung wurde aus unserer Wut unsere Stärke. Wir hatten uns einen Duden. Auch du, Kill B, wirst eines Tages Deutsch können. Bist inzwischen auf einem Weg zur Unabhängigkeit. Zeig mir deine Stärke. Zeig mir deinen Duden. Kämpfe für das, woran du glaubst. Kill B. Ich schaffe es, langsam Deutsch zu reden. Und dann eines Tages übernehme ich den, glaube ich, Thron. Dein Wille ist stark. Aber noch kannst du mich nicht besiegen. Hahaha. Nun geh. Hau, verschwinde. Los. Nun geh. Kusch. Kusch, kusch. Raus aus meinem Dorf hier. Böse Hund. Böse Hund. Böse Bello. Karl und ich Freunde. Woo, 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 woo. Und jetzt? Jeder Karls Freund. Jetzt jeder Karls Freund. Alle mehr. Und alle Freunde. Und mehr Freunde. Alle Mernmeer Freunde. Yeah, yeah, yeah. Geht ein Rubbeln. Woo, 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 woo. Woo, woo, woo. Da geht ein Rubbeln. Rubbel die Katz, rubbel die Katz. Äh, rubbel den Hund. Egal. Jetzt bist du dran. PIK! Oh, wer möchte jetzt Jessica springen? Jessica, alles in Ordnung? Junge? Oh, Luffy, Luffy. Kibli, du bist Luffy. Äh, sie hat sich wieder erholt. Hey, alle warten auf uns bei der Festung. Lasst uns gehen. Geilomatico! It's party time! Vater! Mutter! Fick dich, äh. Flamingo und Jessica PIK. Jessica PIK! Jessica PIK! Oh mein Gott! Ich fühlte mich wie in ein Mals-Flex-Reclusional-Traum in Gedanken an Adler. Adler, Adler, Adler. Adler, Adler. Ich werde die Navarre-Deep-Skill stark halten. Yes, Baby, yes. Auf die Kraft des Miners können wir uns nicht mehr verlassen. Deswegen, ich habe gegründet, äh, etwas Neues. Aber wir müssen noch finden. Ich habe gegründet... Diese Rüste war einst eine große, grüne Wald. Und dann, ich sagte, wir können den Regen zurückbringen. Aber es nie geschah. Deswegen, ich habe Tanz vorbereitet. Du musst mitmachen. Du musst mitmachen. Du musst tanzen mit mir. Nur mache ich jetzt, äh, hopse, hopse. Und für die Respekt-Credits für mich bringen. Respekt-Credits. Respekt-Credits für mich bringen. Wow. Klingelingelingeling. Klingelingelingeling. Oh, toll. Oh, scheiße. Ich muss jetzt hier aufhören mit dem Effekt-Gerät. Jedes Mal, wenn ich hier mit dem Fuß wippe, geht das Effekt-Gerät an und aus. Ich nehme jetzt hier den Finger davon und den Fuß davon weg. Guck mal. Das sprießt man. Eine Tomate. Wow. Das sind wie bei Harvest-Bloon. Tomates-Bloon. Zunächst mal. Welcome to Slinger. Der zu vier. Es geht direkt weiter. Das wär's. Das wär's wirklich. Ein grüner Schleimball. Wusch. Slime-Bong. Ein Lufti-Ball. Ein Bergball mit Lufti-Ball. Director. Horamashi Tanake. Director of Game Design Characters. Das ist nicht deutsch. Game Design Battle. Goro Horahashi. Das macht nichts. Alles englisch noch. Und dann am Ende kommt nämlich so eine Sequenz, da geht's dann. Snake, do you read me? Also hier müsst ihr das Special, wenn ihr es noch in Deutsch kriegt, irgendwie Deutsch reinkriegen. Er wird es in Deutsch reinkriegen, aber vielleicht will er es einfach nicht, weil in einem Film steht es ja auch noch in Englisch da. Der kriegt's nicht hin, der kriegt's nicht hin. Ach, erzähl keinen Blödsinn. Doch. Aber guck mal, wenn du jetzt zum Film guckst, ja, dann steht dann auch nicht da der Spezial-Grafik-Entwicklungszeichner, sondern das steht halt der mega geile Graphics-Designer Yo-Yo. Nee, eigentlich nicht, nee, nee. Doch. Nein. In meiner Weltschau. Ja, Designer ist Deutsch, aber nicht. In der richtigen Deutsch-Filme hast du Deutsch definitiv drin. Grafik-Design gibt's ja, aber nicht. Ja, da steht auch immer Art-Design. Und Sound-Engineer. Nee, das können wir trotzdem eindeutschen. Wenn man das Intro eindeutscht, muss man auch das Outro eindeutschen. Das ist nicht das Outro, das sind die Credits. Ja, ich will auch dafür, weil das ist schon irgendwie ein bisschen... Aber mir fehlt jetzt... Das ist eine halbe Arbeit, weißt du? Ja, was mich jetzt eher stört, das liegt allerdings an dem Spiel selber, der Nachklapp ist ein bisschen kurz geraten. Murata! Marasaki! Saika! Yashi, Yuki, Miyakawa! Satoshi, Ogata! Das wäre auch mal eine schöne interessante Sache. Also, an sich die Übersetzung war schön. Kleinere Fehler waren drin, von meiner Seite her. Entschuldigung, das hast du gerade schön gesagt. Kleinere Fehler waren drin, von meiner Seite her. Nee, nicht von meiner Seite, aber von meiner Seite her. Von meinem Text, sag ich mal, was ich zu dem Spiel sagen kann. Ansonsten, wie gesagt, ein schönes Spiel. Leider noch ein bisschen zu unwitzig. Ich finde, ein paar witzige Stellen hätte man noch reinbauen können. Aber insgesamt, sehr schönes Spiel war schon. Und, ähm, was gab's noch? Ansonsten gibt's in dem Spiel sechs Storylines. Wir haben ja nur drei gespielt. Das ist die Schildkröte. Entschuldigung. Also auch sechs verschiedene Enden. Die werden wir uns aber jetzt nicht nochmal angucken. Nee, die werden wir uns nicht angucken, definitiv nicht. Einmal durchspielen reicht im Grunde für die Version. Und, ja, Grafik ist natürlich, finde ich, super in Sendung mäßig. Haut's da auch nochmal richtig alles raus. Mit allen Effekten, die es so gibt. Mode 7 bis sonst wo hin. Und, ähm, vom Sound her, definitiv. Anfangs-Melodie ist super geil. Zum Schluss beim Boss nochmal die Änderung von der Musik war auch sehr schön gemacht. Schöne Sache. Und, ja, wie gesagt, wie gesagt, ein bisschen mehr Witz sollte halt noch rein. Hier und dort mal Verbesserungen noch, aber ich denke, das kriegt man noch hin. Es sind aber Kleinigkeiten insgesamt. So, jetzt kann der Nächste. Ja, ich kann mich dir nur anschließen eigentlich. Aber die Übersetzung ist schon sehr gut gelungen. Also es waren echt nur noch minimale Fehler eigentlich drin, die wir alle oder viele dann, ähm, ja, angezeigt haben, dass die jetzt verbessert werden. Ähm, ja. Hm. Hm. Und sonst, keine Ahnung. Was kann man dazu noch sagen? Wie dir halt das Spiel gefallen hat vielleicht oder so? Ja, das Spiel ist toll. Ich meine, es gibt ja mehrere Summon-Tennis-Spiele, aber vielleicht gerade Mana. Das ist eins der besten Spiele eigentlich, finde ich. Außer Sailor Moon abhecken. Ja, aber das kann man auch zusammenspielen. Das ist auch dieses, dass man es zusammenspielen kann, das ist halt schon, ja, toll. Okay, das hat dir am besten gefallen, ja. Ja. Ja, da will er ja auch auf jeden Fall den Patch mit reinbringen dann. Na gut. Achso, kriege ich jetzt auch noch ein Interview? Ja, jetzt, ja. Leg los. Also ich muss sagen, Secret of Mana 2, äh, aka Seikon Hinsetsu 3. Mhm. War ein schönes Spiel. Kommt aber meiner Meinung nach nicht an Secret of Mana 1 ran. Äh, liegt allerdings wahrscheinlich daran, dass, ähm, die in diesem Spiel viel mehr Sachen reingepackt haben. Das ist ein bisschen unübersichtlicher insgesamt. Aber jetzt von der Übersetzung her, äh, weil das ist ja jetzt das, was wir präsentiert haben. Das Spiel kennt ja jeder Mensch auf der Welt schon zweimal. Aber nicht die Übersetzung. Ah. Äh, äh, war schon sehr gut übersetzt. Zu, zu großen Teilen, äh, gut bis sehr gut. Ein paar kleine Stellen, die haben wir ja gefunden, ähm, und die wurden auch behoben. Verbesserungsvorschläge waren da. Wie ihr seht, selber als Tester in dem Sinne wurden auch mit in den Übersetzungsprozess ja nochmal mit, mit einbezogen in Sachen von, äh, Vorschlägen. Was uns da halt spontan eingefallen ist, äh, ist dann teilweise auch in die ROM eingeflossen. Mhm. Und, 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 das würde ich sagen, ist jetzt das Ende. Ja. Genau. Steht ja auch da. Hat doch schön gemacht. Ende. Was stand da im Japanischen? Ende. Ende. Fiene. Ah, nee, das war... Nee, stand... End. End. Da stand, glaube ich, nur End. Wie ist denn das? Ähm, bei, bei... Mario Party 8 oder irgend sowas ist das, glaube ich. Ja, kommt dann nochmal, wenn, wenn das, wenn das Minispiel vorbei ist. Ende. Äh. Ja. Ende. Ende. Na gut, in dem Sinne schließen wir dieses LP endlich nach einem Jahr ab. Das war voll krass, aber es war schön. Ein schönes Jahr. Es war schön, aber... Ist jetzt das nächste Projekt, was wir zu dritt machen können? Boah, du, du hast Ideen. Das werdet ihr sehen. Lasst euch überraschen. In Zukunft werden wir sehr viel, äh, ja, noch sehen. Aber, ähm, ja, ich finde, der erste Teil, Sieg of Mana, im Gegensatz zum zweiten Teil, war halt wirklich, im ersten Mal mehr Witz drin. Das hat man auch gespürt. Die hatten viel mehr Kleinigkeiten, Gimmicks reingemacht. Das ist wie der Pick schon sagte. Aber das sollte man auch in der Übersetzung halt auch beachten, ne, irgendwo teilweise. Ich finde, ein bisschen Witz hat noch gefehlt, teilweise, in der zweiten. Stellenweise, ja. Man hätte stellenweise das aufpeppen können, weil dann waren dann auch langwierige Kämpfe zwischendrin, wo man dann sich doch gern mal daran erinnert hat, was hat in der Typ da vor uns gesagt, ne, also. Das hatten wir ja auch zweimal oder so, glaube ich. Ja, wir hatten es Gott sei Dank, ab und zu mal, ne. Es wurde ja auch von diesem, von diesem Erdgott wurde ja die Stimme angepasst, dass der so sächsisch redet oder wie war das? Ich glaube, da habt ihr auch nochmal was gemacht gehabt. Für diese Erdgott. Nee, in Reimen. In Reimen. Ja, mit den Reimen, genau, mit den Reimen. Hockey war das. Deswegen, es wurde ja auch einiges schon ein bisschen gemacht. Aber ruhig da noch ein bisschen dranbleiben, vielleicht fällt euch dann noch, äh, vielleicht fällt ein Specialman ja noch was ein. Vielleicht fällt auch den Zuschauern was ein, den Geneigten. Ja, klar, freilich, immer her mit den Ideen. Ansonsten wird wahrscheinlich jetzt nach diesem Video, äh, der Patch 2.03 released. Yeah. Yay. Gut. Ja, okay, also. Alles klar. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt, würde ich mal sagen, liebe Leutzen. Genau, wir bringen jetzt erstmal ein paar Projekte nachs Ende. Und dann schauen wir, was wir als Neuestes Projekt eventuell machen. Also, macht's dann mal gut. Bis dahin und schausen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020